Hallo meine Freunde, was geht ab? Heute möchte ich mit euch über ganz besondere News sprechen, die vor kurzem in Bezug auf Call of Duty Warzone und Cold War veröffentlicht wurden. Wir werden uns gleich unterschiedliche Sachen angucken, wie das neue COD Prestigesystem, die Cold War Roadmap und wie zukünftig COD Warzone und Cold War verbunden werden. Gefällt dir dieses Video und du möchtest zukünftig alles was COD betrifft nicht mehr verpassen, dann lass mir unbedingt ein Abo da, gib mir einen Daumen nach oben, wenn das Video dir gefällt und ansonsten kannst du gerne noch die Glocke aktivieren. Damit ihr überhaupt wisst, wovon ich spreche, zeige ich euch hier den entsprechenden Blogpost, der alle unterschiedlichen Informationen abdeckt. Als allererstes schauen wir uns die Roadmap an. Hier sehen wir, dass Newtown zurückkehrt in seiner Version im Jahr 1984. Das Release-Datum der Karte ist der 24. November. Außerdem sehen wir, dass die Season 1 in COD Warzone und Cold War am 10. Dezember starten. Dazu gibt es natürlich noch viele weitere Multiplayer-Karten, ein 2 gegen 2 Gunfight, unzählige neue Waffen und einen neuen Zombie-Modus. In Season 1 findet außerdem noch das Zusammenfügen von Cold War und Warzone statt, was vor allen Dingen die Riesenspieler-Base von Warzone und den traditionellen Black Ops-Fans vereinen soll. Wir können uns glücklich schätzen, das Zusammenfügen von Warzone und Cold War noch in diesem Jahr erleben zu dürfen, denn vorherigen Leaks zufolge sollte das Ganze erst im Jahr 2021 geschehen. Entsprechend erfreulich sind die Nachrichten, dass das Zusammenfügen noch dieses Jahr stattfindet. Ich bin super gespannt, wie das Ganze passieren wird. Die meisten haben ja vermutet, dass noch ein Nuke-Event stattfinden wird, also dass eine Atombombe auf der Warzone-Map explodieren wird und anschließend eine neue Map für COD Warzone aufzufinden ist. Die wird dann noch um entsprechende Waffen ergänzt, nämlich die aus Cold War und erzeugt ein ganz neues Spielgefühl für alle COD-Liebhaber. Das Ganze sind natürlich nur Vermutungen und keine wirklich bestätigten Aussagen aus diesem Blogpost hier. Übrigens für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, die Engine in Warzone soll gleich bleiben. Das bedeutet, wir werden jetzt keine neuen Spielmechaniken aus Cold War übernehmen, bei dem beispielsweise das ganze Movement anders aufgebaut ist, als wir es aus Modern Warfare kennen. Wann so ein Event jetzt tatsächlich erscheint oder ob es überhaupt erscheint, steht natürlich in den Sternen und wurde noch durch kein Datum bestätigt. Wenn es passieren sollte, dann wahrscheinlich an dem Tag, an dem Warzone und Cold War zusammengefügt werden. Sprechen wir aber jetzt im nächsten Schritt über das neue Level-System in Cold War und in Warzone. Das neue Level-System kombiniert Modern Warfare, Cold War und Warzone. Kurz gesagt, du kannst in allen drei Spielen deinen Fortschritt fortsetzen und hochspielen. Auf dieses neue System wird umgestellt, wenn die Season 1 in Warzone bzw. auch in Cold War startet. In dem neuen System werden die Ränge von 1 bis 55, die uns ja bereits alle geläufig sind, umbenannt und heißen jetzt Militärränge oder Military Ranks und sind wie gesagt zwischen allen Spielen miteinander synchronisiert. Hast du also gerade keine Lust auf Warzone, sondern eher nur auf Cold War, spielst du ein paar Runden Multiplayer Cold War und levelst gleichzeitig auch in COD Warzone. Ich weiß, einige von euch werden jetzt ein paar Fragezeichen über dem Kopf haben und sich fragen, was passiert mit meinem Rang, den ich bereits erspielt habe. Der muss selbstverständlich geresetted werden, denn um dieses System umsetzen zu können, müssen alle Ränge auf 0 sein bzw. zurückgesetzt werden und synchronisiert werden. Man braucht ja schließlich einen gemeinsamen Staat, um Warzone und Cold War miteinander vereinen zu können. Bevor es jetzt einen großen Aufschrei gibt, es wird nur der Rang geresetted und nicht eure Gegenstände, also habt ihr eure Waffen freigespielt oder alle auch auf maximales Level gespielt, bleibt das natürlich bestehen und ihr müsst nicht wieder alles von vorne machen. Der jetzige Rang, der sich Offizierrang nennt, wird ab dem 10. Dezember dann offiziell Season Level genannt und wird mit einem Season Prestige System kombiniert. Spielst du also Warzone oder Cold War, zählt es zu deinem Season Level und zu deinem Prestige Level. Jedoch wird erwähnt, dass wenn man mehr Cold War spielt, dort das Prestige Level schneller vorangetrieben wird, denn es wird explizit XP Events und Herausforderungen geben, die deinem Prestige Level zugutekommen werden. Im Nachteil bist du also, wenn du dann nur Warzone spielen würdest. Ich hoffe in Zukunft werden noch weitere Informationen zum Levelsystem kommen, das ist bis jetzt das einzige, was ich dazu sagen kann, weswegen ich jetzt als nächstes zu den Waffen springen werde. Mit dem Start der ersten Season werden alle Waffen von Cold War in Warzone eingefügt. Entsprechend wird es möglich sein, Load Odds zu erstellen, die einerseits Warzone-Waffen bzw. Modern Warfare-Waffen und Cold War-Waffen beinhalten, einschließlich aller erspielten Blueprints und natürlich den gekauften oder erspielten Waffentarnungen. Entscheidest du dich dazu, dir kein Cold War zu kaufen, hast du trotzdem die Möglichkeit, die neuen Waffen zu spielen und sie selbstverständlich auch in Warzone zu leveln. Das ganze Zusammenfügen der Waffen wird dazu führen, dass es sehr, sehr viel Auswahl geben wird. Denn man muss sich vorstellen, dass es insgesamt ein Waffenarsenal geben wird aus zwei Spielen und zwar aus Modern Warfare und aus Cold War, was einen definitiv vor einige Herausforderungen stellen kann und so einige Fragen aufwerfen wird, welches Load Odds bzw. welche Waffen man im Endeffekt spielen wird. Vor allem im weiteren Verlauf von Cold War, wenn DLC-Waffen ins Spiel eingefügt werden, sollen auch die in Warzone übernommen werden, dort auch gelevelt werden können und selbstverständlich auch zum Einsatz kommen. Als nächstes geht's weiter mit den Battle Pass-Inhalten. Selbstverständlich bleiben die Warzone-Battle Pass-Inhalte, die man bereits bekommen hat, bestehen und können auch weiterhin genutzt werden. Es ist also nicht geplant, irgendwelche Inhalte oder gekaufte Sachen aus dem Shop allgemein aus dem Spiel zu entfernen. Möchtest du den Battle Pass leveln, kannst du das über Cold War, Modern Warfare oder über Warzone machen. Denn auch da ist, wie eben angesprochen, die Synchronisation vorhanden. Übrigens werden alle Inhalte, die auch zukünftig in den Shop kommen oder jetzt im Shop sind, ganz klar gekennzeichnet, was für was ist und das entsprechend mit dem Cold War Logo oder mit dem Modern Warfare bzw. Warzone Logo. Crossplay war schon immer ein ganz wichtiges und großes Thema. Auch hier ist es egal, ob deine Kumpels gerade Modern Warfare spielen, du in Warzone unterwegs bist, du kannst sie einladen. Bist du in Warzone unterwegs und sie in Cold War, kannst du sie einladen. Man kann es sich einfach so merken, dass ein Einladen kreuz und quer eigentlich immer möglich ist. Was vor allen Dingen das Spielen miteinander vereinfachen soll. Das war es mit den ganzen Informationen, die es in diesem Blogpost gab. Ich weiß, ich habe euch etwas zu bombardiert. Habt ihr die ein oder andere Sache nicht ganz mitbekommen, gerne nochmal zurückspulen, euch das Ganze in Ruhe nochmal anhören oder eventuell sogar selbst den Blogpost einmal nachlesen. Den packe ich selbstverständlich unten einmal in die Videobeschreibung. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne den Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder.